Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu ARK. Ja, wieder mit einem Start ist der Nero, der Noxi, der Dynamo, der, äh, Sergeant Möller, äh, der Geiserich und der Jan. Hallo. Servus. Hallöschau. Diesmal habe ich aber alle aufgezählt. Das ist schön. Und wir stehen jetzt hier vor der Dungeon. Und wir wollen da jetzt mal reinschauen. Und ja, wie ihr seht, Totenköpfe. Geil. Es wird böse. Und nicht jetzt erschrecken. Es wird männlich. Und, äh, nicht erschrecken, die Drachen gehören uns. Also das sind unsere... Nein, das ist ein Drachennest. Das sind alles Feindliche. Also nicht das... Ne, ähm, um auf meine Frage von eben zurückzukommen. Hat jemand eine Pieke? Ja, ich. Ja, hab ich. Eine Pieke, die er nicht braucht. Nein. Ich bring mit, wie gesagt. Geil. Ja, grüß dir. Pieke, Fackeln. Wir brauchen alles. Nicht wundern, ich sterb grad mal. Äh, Fackeln kann ich dir bauen, wenn du magst. Ich bräuchte auch die Pieke und alles. Tor, du bleibst jetzt hier schön sitzen. Und du machst jetzt nichts weiter, außer wenn dich jemand angreift, dann darfst du das töten. Aber du bleibst jetzt hier sitzen, so. Ah, so sieht die Map also von unten aus. Ach, da ist ja noch eine Höhle. Ach, guck mal da. So, ja. Dann würde ich sagen, ich bewaffne mich mal mit einem Schwert. Genero? Ja. Warst du eigentlich ein Kaiserschnitt? Was hab ich? Der ist rausgeplumpstet. Das war eine Klugeburt. Ich glaub, die haben die Beide mit abgeschnitten. Wer noch eine Fackel haben will, die Jet liegen noch zwei Stück drin. Ja, nur kurz. Wo ist der Jet, Aft, da? Dreh dich doch zum. Juhu. Au. Ja, eine Fackel nehme ich auch. Die Fackel nehme ich auch. Jungs. Guck mal. Wo ist denn wer? Denk an, du bist mit einer Frau. Wo ist denn hier? Irgendein Jet oder keine Ahnung. Alter, was trampelt denn hier die ganze Zeit? Ach, hier auch. Wahrscheinlich unter uns der Giganoto. Onkel, da hast du immer noch die Namen aus. Oh, shit. Nee, nee, hab ich jetzt an. Aber es ist einfach schöner mit ohne Namen, hä? Was? Oh, jetzt hab ich Level. Ach, jetzt geht's. Spielst du das ganze Game ohne, oder was? Gerade die ganze Zeit, ja. Also ich hab jetzt die ganze Zeit mal gezockt ohne. Ach so. Ja, ich bin ein Dichtbar. Der ja ist gestorben. Das ist geschehen. Juhu, ich freu mich. So, okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal in diese Dungeon, oder? Seid ihr ja alle bereit? Unser Gott ist fehlbar. Alles? Ja. Gott ist lästert uns. Wow. Wer lästert über mich? Was? Was? Oh, saugeil. Bleibt doch nicht alles stehen, Junge. Hat der eigentlich mal die Statue hätten hier hinten gesehen? Boah, wie geil. Wow. Übel Porno. Gern geschehen. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Krass. Oh, das ist erstes Foyer. Äh. Juhu. Komm, lass das tiefer eindringen. Ähm, gibt's ja eigentlich auch Monster? Ja, das wissen wir ja nicht. Heißt, da brauch ich echt gleich noch ne Pieke. So, jetzt haben wir ein Problem. Oh, hier ist noch ein Raum. Nö, wird noch. Rechts ist easy. Hier ist ein Raum. Hallo. Achso, okay. Ey, geht's noch nicht weiter? Achso, da ist ne Wand. Ich dachte schon grad, das geht so wie in Herr der Ringe. Einfach nur mal so 5 Kilometer strach durch, berg durch. Boah, geil. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Warum macht ihr denn jetzt auch immer dunkel? Spider-Man, Spider-Man, Darth Vader, Spider-Man. Kann nur einer eine Fackel ausgerüstet halten? Die einzigen Waffen, die ich hab, sind 23 Fleisch ohne Fackel. Warum krieg ich denn hier? Das ist Fleisch. Ich glaube, ich hab's getötet. Ja, warum? Eine Schlange ist da, eine Spinne noch. Ich glaube, ich hab's getötet und wenn ich so was seh, ist, wie Dynamo seine Rifle einfach in das Auge von dem Viech drückt. Ist es tot? Ich glaube, es ist wirklich tot. Geil, ist episch aus. Äh, geht noch mal rein. Hat das wo den Boden? Ich hab' hier mal einen mit Waffe. Alter, echt? Wartet mal, rennt mal nicht alle vor, Leute. Boah, geil. Scheiße, ii, ii. Schieß doch, schieß doch. Mach was. Macht was. Atombomben. Scheiße. Sieht schön aus von hinten. Alter. Boah. Alter. Mann, Leute. Vom Himmel. Scheiße. De Fack. Himmel zu Himmel. Mach mal die Fackeln an. Irgendjemand, genau. Ey, Jan, warst du schon mal hier unten drinnen? Nein. Ja, dann seid ihr froh. Oh, hier hinten alles spürt. Warte mal, die schießt mal von hier aus ab. Das ist doch. Hey, lasst doch Feuer an. Hey, Leute, Leute. Hast du schon mal Harry Potter und die Kameras Schreckens gesehen? Bleibt doch, kommt mal bitte zurück. Wie wär's Wendemann? Kommt mal bitte zurück. Gebt mir bitte mal einer eine Fackel. Gib mir mal bitte einer eine Waffe. Äh, im Chat vorhin doch eine Fackel hat er gesagt. Hinter euch, hinter euch. Ja, aber. Kommt, Jungs, kommt, Jungs, kommt, Jungs, kommt, Jungs. Die sind schon. Kommt, Jungs. Sag doch mal einer was. Ich hab doch gesagt hinter euch. Sag das doch mal, bevor der auf mich einsticht. Geil. Alter. Jan, aber mal nebenbei. Hast du schon mal Harry Potter und die Kameras Schreckens geguckt? Ich hab alle gesehen, ja. Da drüben läuft noch eine Spinne rum. Die Titanboas sind so groß wie ein Basilisk, nur ein bisschen größer. Ähm, Ongel, kannst du mich hier? Ach, jetzt ist die große Sache. Ich verstehe. Ich verstehe kaum, ich verstehe kaum was, Dynamo. Wenn du so leise redest. Ich bin von oben geflogen. Jetzt ist meine Flakose kaputt. Oh mein, Alter, warum kommen die denn her? Ich bin von oben. Alter, warum bin ich denn die Scheiß, die Scheißspinne? Jetzt ist sie tot. Äh, wer ist denn eigentlich noch alles im Chat? Also drei Leute sind da. Äh, klatsch. Ich bin auf dem Weg zu euch. Wo, wo lichst du? Äh, hast du. Irgendjemand, der ist hier nackt. Äh, Dynamo, deine Hose ist. Ja, das hab ich gerade eben schon gesagt. Deine Hose wurde okkupiert. Und ich war jeden Moment vielleicht Unfall durch diesen Skorpion. Müsst du es aufstehen jetzt, ne? Ja. Was wollte ich dir jetzt machen, verdammt? Achso, hier. Was ist das denn? Äh, Leute. Was denn? Ich. Äh, was ist das da unten? Lass uns mal immer zusammenbleiben, weil ihr habt die Fackeln und die anderen haben Waffen und die mit Waffen. Was ist das? Onkel, was ist das da unten? Was denn? Eine Zecke, das ist. Das ist doch keine Zecke. Seit wann gibt es denn Zecken bei uns? Warte mal, ich schieße mal an. Das wird nix. Kick mal rein. Mach es nicht. Ich merke schon, wir sind genialst vorbereitet. Ich brauche jemanden mit Waffe. Leute, jetzt bleibt doch mal mit der Fackel hier. Hier ist ein Vieh. Ey, lass das Vieh doch weiter. Komm, weiter. Ich will das Vieh nicht anhauen. Ich weiß nicht, was es kann. Schlange, Schlange. Ja, ich bin doch hier. Schieß. Hier fehlt doch einer. Schieß doch. Ja, schieß doch. Schießen. Danke. Als ob die Armbrust so ne tolle Kadenz hätte. Achso, Leute. Wieso werde ich alles gehauen? Durch die Wand. Möller, renne nicht alleine vor. Ja, ohne Schatz, wenn es jetzt hier gleich noch Bienen gibt, dann kotz ich. Ja, ich mein, ich hab Panik. Ey, sind wir jetzt in Minecraft oder was? Hier gibt es Lava. Ich schließe mich hier ein. Ich bleibe hier. Das ist saugeil. Lava habe ich noch nicht gesehen. Also, Paddy. Ja. Du bist der Einzige, der nichts sagen kann irgendwie. Ich habe noch nie Lava in Ark gesehen. Lava war so ziemlich das erste, an dem du gestorben bist. Nein, das war ein Leiter. Mero, Vorsicht, links. Das war die allererste Leiter bei meinem Du. Okay, das könnte auch eine Leiter gewesen sein, ja. Lava? Genau. Wo bin ich denn mit Lava gestorben? Äh, auf der Island-Map in der Lava-Cave. Achso. Ja, den Spruch kommt doch locker. Stimmt. Ja, Level 8, die ist unverwundbar. Das ist jetzt die andere Seite. Hä? Achso. Ja, pass auf, wir sind jetzt hier in einem ziemlich offenen Raum, was scheiße ist. Oh, hier geht es runter. Ach Leute, irgendjemand mit Fackel könnte auch mal da bleiben. Ich bin doch da! Gott, no more. Was soll ich jetzt dem Licht? Einfach dem Licht hinterher. Bin ich der Einzige mit der Fackel, oder was? Äh, äh. Oh scheiße, die leben noch, die leben noch. Ich dachte, die wären tot. Wir sind auch festgepackt. Ich hab da Fackel, ich hab da Fackel. Ich hab da Fackel. Ich hab da Fackel. Ähm. Oh. Hast du noch mal Schluss? Einfach der Alten auf den Sack schießen. Ich hab noch Vorschlüsse, ja. Magst du mir mal drei geben? Oder vier? Dann kann ich mich wenigstens auch mal wehren. Kannst dich auch wehren. Seit Anfang laufe ich hier mit der scheiß Fackel rum. Hier. Alle, 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 alle. Das sind ja noch mehr, warte mal. Das sind ja noch mehr, oder? Nö. Ich hab' schützt. War noch vier. Die sind auch noch tot. Okay. Also wenn ich, wenn's... Ich komm' gerade runter. Könnt ihr mal irgendwie stehen bleiben, bis ich da bin? Ja, hier liegt ein Button. Bist du die gerade eingeschlossen? Das ist gut, wir warten. Leila. Also wenn's um Fernkampf geht, könnt ihr ruhig mich verlassen. Ich hab so ne... Hallo, ich seh' ihn. Ich seh' ihn, ich seh' ihn, ich seh' ihn, ich seh' ihn, hallo. Der meisterhafte Flinte, also die macht ziemlich gut Damage. Geh' dir mal etwas entgegen. Ey, ist das tief. Boah, hinter uns. Boah, ich bin ich verschreckt. Ja. Hast du, hast du Waffe oder sowas? An alle Zuschauer, schreib mal irgendwas. Für mich hab ich erstmal das hier. Also ich weiß, dass ihr noch lebt. Ich seh' nix mehr. Ich kann. Äh, jetzt? Danke. Warte mal, äh, seit schon, wartest du noch ganz kurz auf uns? Ich... Oh, du Schatz. Jetzt, äh... Ja, was hältst du denn hier von? Hat wer was zu essen? Oh, super. Recht beschissen. Äh, ja, hab ich... Wie viel brauchst du? Warte, ich geb dir mal ein bisschen was. Hier. Das kann ich gerade so noch erwehren. Irgendwer war hier noch ohne Waffe. Ja, ich. Das ist auch gut so, weil irgendjemand sollte eine Fackel tragen. Aber ich will ja irgendwas haben, damit ich auch mal ins Dunkel reinsteuern kann. Also, ich trage hier ruhig, äh, die Fackel ist kein Thema. Ja, ich trage auch eine, weil ich find das sicherer als mit irgendwas. Irgendwas. Ja gut, ich hab sie. Aber, aber, mehr Fackeln wären besser, weil, guck mal, wenn ihr weggeht, dann stehen wir hier nämlich mit Schwarzen. Ja, wir sollten mal zusammenbleiben einfach. Ja, das ist ja schwierig gerade mit den ganzen Türmen. Also, ich sag einfach, aber, äh, ja. Weil einfach ist einfach. Okay, wir gehen jetzt mal hier vorne in die Tür rein, äh. Das Schwert in der Hand behalten, weil Yannick... Ja, weil er, der Fackel... Oh, tut, 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 links, 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 links. Alles gut, ist nur eine Spinne. Nein, da waren zwei Spinnen, eine Schlange und ein Skorpion. Alles gut. Oh, ihr steht im Weg. Macht dir nach, Rot, wenn ihr mich nicht durchlasst. Oh, ein Mistkäfer oder sowas. Boah, Alter, wie zieht das hier runter, ey. Oh, oder ist das ein Skarabeos? Das ist ein Skarabeos. Seit wann gibt's Skarabeos? Das nimmt sich, glaub ich, nix. Das ist Dunbeetle. Oh, nee, Yann, jetzt mach ja nicht einen auf Imba und hau alles kaputt. Das ist doch doof. Da ist eine Spannung weg. Reicht nicht. Ich hör was. Reicht nicht. Was lebt hier? Unten rechts ist nur Titanboer. Wasser? Wasser ist hier. Geil. Oh, hier gibt's 100 pro Piranjas. Spring rein. Dann findest du raus. Weg ist es, Alter. Kommt man hier wieder... Ach, man kommt auch wieder raus. Okay. Herzhaft. Glutsch. Alter, hier ist alles voll mit Totenköpfen. Leckt mich am Arsch. Oh, hier kann man tauchen. So, durch so. Okay, ich tauch wieder hoch. Ich seh gar nichts. Seht ihr jetzt, was ich hab verklangt? Oh, ja. Das ist gut. Ich seh aber da unten nix. Warum hörst du denn hier ne Schlange? Ich hör hier die ganze Zeit ne Schlange. Die ist, die kommt von der Seite rein. Ja, super, ich seh nicht. Durch die Wand. Durch die Wand. Hier geht's drüber, Alter. Hier ist das Ohr. Oha, sie war richtig tief runter. Ich geh mal runter. Ich war unten am Gitter, aber da war nichts. Lass mal Feuer an. Ja, dann geht's weiter. Ich hab gerade in die Hosen geschissen vor Angst. Jan, hier nebenan, da in der Wand ist ne... Oder geht's da... Ist kein Problem. Einer nach dem anderen, würde ich sagen. Immer nur weiter geiserig. Immer nur weiter. Unter uns sind Käfer und so'n Zeug, hä? Na? Äh. Na, hier geht's nicht weiter. Ja, hab ich doch gesagt. Hey, dann geh mal wieder hoch. Was? Oder hab ich was übersehen? Nee, an dem Gitter ist Schluss. Ja, an dem hier, aber... Ja, hier geht's noch geradeaus. Ja. Ich fähre wirklich aus. Wo geht's geradeaus? Ich fähre wirklich aus. Ich blockiere mich nicht. Hoch, 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 hoch. Hey, Leute. Hoch, 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 hoch. Ich bin oben. Ich bin oben. Nein, da. Hä? Oh, hoch, hoch, hoch. Ja, 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 ja. Oh, Luft. Gut. Skorpion, 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 Skorpion. Weg, runter, weg, 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 weg. Winkst du jetzt weiter? Ey, mach mal eine, Licht an. Au! Wo ist er? Oh, Schlange. Ah, Schlange im Wasser. Gefies. Ich frag, wo ist er? Er ist einfach in meinem Gesicht. Da vorne sind noch mehr. Wo seid ihr? Du musst den Boden runter, also du musst da durch die Kanalisation, also du musst da durch die Kanalisation. Geh weg, geh weg, geh weg. Also musst du kurz wieder auf eine gerade Strecke kommen. Ich hab, ich hab einen Onkel, aber wo seid ihr? Ja, ich hab auch einen Onkel. Ja, warte mal, wir haben hier ganz viele Schlangen. Hä? Wo seid ihr denn? Alter, aua! Ich hab hier Maxien, Sargent und einen Schno. Also ich hole sie mal. Also ich weiß nicht, wo ihr langgegangen seid, im Wasser. Ey, das ist schon gerade aus. Boah! Da kommt ne Schlange runter. Da kommt ne Schlange rein, mein Bruder. Spinnen! Spinnen! Alter! Hilfe! Lauf! 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 Do not! Lauf! Lauf! Wo seid ihr denn? Ah, Scheiße, ich hab euch gekillt! Nein, ich hab euch gekillt! Nein, ich hab euch gekillt! Vielen Dank! Nein, ich leb' noch. Alles gut! Nein! Hauptsache! Ich bin weg. Ich bin ausgenommen. Alter, ich bin hier im Scheiß-Gummi-Sitz. Ich wäre das verdammte Scheiße. Was ist das? Oh, Delamo. Nein, du. Nein, ich bin hier. Ich bin da. Ich bin vergiftet. Zieh mich raus. Zieh mich an Land. Bevor ich jetzt mal respawne, guck ich mir den Stream an. Was ist denn hier nur? Oh Gott. Jawoll. Alter, ich sitz hier fest. Ach so, Alter. Leute, könnt ihr uns mal abholen? Wir wissen nicht wohin. Witzig, wir sind tot. Was? Ich leb doch aber... Ja genau wegen dir wahrscheinlich. Alter, ne Schlange. Nicht nur eine? Wir hatten eben 5 Spinnen oder sowas mit Level 120. Also die Spinnen waren gar nicht so schlimm. Okay, ich bin wieder wach. Mich hatte keiner von hinten erschlagen. Das war ne Spinne. Nein, das war ich. Das war ein Schnurkut mit einem Schwerd. Ach so. Das war ein Wild Schnurkut mit einem PS. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Nein, ich bin ohmächtig. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt... Ich könnte mich hier da... Oh Mann ey! Leute, Onkel, wo bist du? Ich lieg hier und dort, ich ertrink gerade. Weil ich ohmächtig bin. Ah, Luft, 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 Luft. Ah, ich bin wieder da. Gott, das ist übel. Okay, ich bin wieder da. Onkel, kommst du mir, folgst du mir? Was? Wir tauchen jetzt runter. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Warte doch mal auf den Rest. Warte doch mal auf den Rest. Warte mal auf den Rest. Aua, was ist denn hier los? Warum kriege ich es nicht? Oh Mann ey! Hey, ich will doch einfach nur die Scheiß... Leichen hier loten, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Mano! Boah, ist das übelst. Ich glaube, auf mich brauchst du ja nicht warten. Sergeant seinen Sack hab ich. Okay, das war irgendwie falsch, aber ich hab's. Hier, genau, hier. Wo schlägst denn du hin, Jero? Oh Mann ey! Schnucko, rastet aus. Verrecke. Achso, Dynamo, falls du Hunger hast. Ich muss 45 Fleisch drin haben. Ey, was hab ich schon gesagt? Ich hab noch genug. Geiserich hab ich auch. Ich komm gleich zurück. Juhu! Jetzt verreck ich gar nicht, weil ich keine Stabilnahme hab. Toll. Okay. Ich komm mal zurück, wenn ich's finde. Ich hab keine Ahnung, wie man hier, wo lang geht, weil es alles dunkel ist, weil ich hab ja euch voll nicht gegeben. Ich weiß es. Ich würde sagen, folg mir, aber Nero, du bist da unten. Da. Stopp, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, ja. Ja, aber ich hab mich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Nein, nein. Ein neues Gesicht, also na. Oh, Nero ist tot. Ja, Nero, ernsthaft. Ja. Wo? Keines Termin, da bin da verreckt, versoffen. Also du hixen Meter unter der Oberfläche. Ja? Äh, wo sind wir hier? Ich hab keine Ahnung, ich sag ja, ich, ich bin hier, ich sitz hier fest, ich weiß nicht wo lang. Wo seid ihr denn grade? Oh, das ist ja nett. Ah ja, dann komm. Soll ich irgendwen mitnehmen? Ja, ich komm mit. Oh. Ach ja. Also ich werde die Instanz definitiv nochmal erkunden, aber nicht nur heute. Okay. Okay, mach weiter. Also ich hab, ich hab ja ein Nero an der Angel gehabt. Wir können gern die Sache, äh, looten. Dass ich die Zeit umgehe. Äh, by the way. Oh, scheiße, da kommt Titanboer. Wo? Weg, du hässliches Viech. Scheiße, schnurren, nicht so schnell, ich weiß nicht, wo du bist. Also hier, Nox, ich hab das beste Schwartes. Ja, du kommst mir nach. Äh, pass, pass. Äh, so by the way, wie lang geht der Part schon? Ach, 18 Minuten. 18 Minuten 25. Oh, Land. Ey. Ich knutsche es, ich knutsche es. Alter, ich bin raus hier. Oh. Oh. Ich küsse den Boden. Ich küsse den Boden. Alter Schwede, was ist das? Weißt du was? Sind wir jetzt, sind wir jetzt eigentlich woanders, oder sind wir jetzt immer noch, äh, da, wo wir rein sind? Wir sind wo, wir sind woanders. Äh, wir sind da, wo ihr rein seid. Ja, wir sind beim Wasser. Oh, Alter, der Totenkopf hier, geil. Wo seid ihr? Na, wir sind weiter geschwommen. Ja, schreit schon. Ich bin irgendwo statt links, rechts abgebogen und dann waren wir auf einmal oben. Ach so, ihr seid schon weiter. Ja, ich, ich wollte eigentlich zurück, aber ich bin weiter. Ich bin, ich hab doch, ich, ich saß irgendwo fest und auf einmal kam es nur und dann bin ich einfach nachgeschwommen, also. Ja. Kannst du noch ein Stück warten kurz, Noxy? Auch. Warte. Okay. Oh Gott. Schwimm. Auch wenn ich zugeben muss, äh, zum Onkel wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte zurück, aber dann war ich noch beim Onkel. Du bist zu lang. Halt's grad aus. Boah, ich, ich erfriere gerade ein bisschen. Also du taust runter und dann direkt oder hoch. Ja, da, ich seh Noxy. Lass uns mal hier ein Lagerfeuer aufschlagen, ich erfriere gerade. Also du bist jetzt links, du bist grad aus. Du hast, halt so wie immer, runter an den Spinnen vorbei und dann kam es weiter und dann kann es weiter und dann wird er runter und dann kann es. Ja, ein Lagerfeuer und ein Bett. Äh, hier Fackel, hier Fackel. Boah, hab die denn ein Bett aufgestellt oder so? Äh, weiß ich nicht. Ja, reicht ne Fackel. Weil wir super vorbereitet sind, deswegen. Ja sowieso. Mein Gott, wir wussten doch nicht, dass hier drinnen auch Viehzeug ist, mein Fresser. Dynamo, klappt's? Ich hab gesagt, ich weiß es nicht. Ich hab, ich hab, ich hab keine Ahnung, woher lang, woher lang. Ich hab ja schon gesagt, du taust da rein, war lustig. Du flimmst durch den Abwasserkanal. Schwimmst runter und schwimmst da direkt wieder hoch. Also, da ist so ein kleines... Noxi hast du hier schon mal reingeguckt, komm mal her. Ich will da noch nicht, ich, nein. Hier ist nix, hier ist nix. Das heißt, ich bin hier irgendwie falsch. Meinst du? Den Totenkopf hier, Mann. Ach, den meinst, ach, ich hör als irgendwie die Spinnengefick und alles. Ja, das machen wir dann im nächsten Part, im nächsten Part gehen wir dann weiter. Oh Gott. Alter, was passiert hier? So, Flash. Ich hab nur Zeug abgeladen. Ich hab euch gefolgt. Jawoll. Ich hab mich vollgesaugt. Oh Gott. Jetzt sind wir da alle da, die wichtig sind. Alle? Ich vermisse noch nen Saatsprung, Geiserich. Wir sind schon auf dem Weg. Das kann allerdings noch nen Moment dauern. Okay, dann würde ich sagen, mach mal erst mal den Part zu Ende und gehen dann... Genau. Und gehen dann weiter rein in die Höhle. Oh Gott. Oh Gott. Ja, was machst du denn jetzt schon wieder? Halt die Schnauze, bleib hier. Nix. Hast du die jetzt hierher gejagt, oder was? Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Okay, dann würde ich sagen... Da kommt nix. Okay, dann machen wir jetzt erstmal hier Schluss und wir sehen uns dann morgen... Ne, dann morgen wieder beim nächsten Part. Und ja, tschau, bis dann. Tschuuu, tschau, tschau. Tschau, tschau. Dies ist der scheisse Sch...